Mein Name ist Roland Suter. Ich bin einer der Geschäftsführung und Gesellschafter der Firma Hartlhaus. Wir haben 280 Mitarbeiter und sind in Exenbach zu Hause. Wieso sind wir ein Mitglied des Wirtschaftsforums? Als die Idee aufgekommen bin, ist es für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass man hier mittut. Ich habe in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, als Vorstandsmitglied meine Wünsche, die ich gehabt habe, anzubringen und aktiv mitzuarbeiten.